Moin moin, was ist doch immer? Kein Video wieder am Start. Heute mal mit einem ganz kleinen kurzen Video aus dem Grund, da ich mal vorhabe, ein kleines aber feines FAQ, Q&A, was auch immer zu machen. Ihr kennt das Prinzip, stellt eure Fragen ganz einfach in die Kommentare. Seien es auch noch die dümmsten Fragen, ja, ich weiß, das würde ich jetzt natürlich bereuen, dass ich das sage, aber ihr könnt natürlich auch dumme Fragen stellen. Mir ist das relativ egal. Ab 20 Fragen werde ich ein kleines aber feines Video dann machen dazu. Und ja, ich freue mich darauf. Könnt mich alles mögliche fragen, worauf ihr gerade halt so Bock habt. Ja, ihr könnt es halt auch übertreiben, wie gesagt, aber mal gucken, was so rauskommt. Ist heute leider, wie gesagt, nur ein kleines Video zwischendurch, da ich hauptsächlich auf meinen Zweikanal ein bisschen besseres, qualitatives, was kann man sagen, Video hochgeladen habe. Und morgen kommt dafür eine schöne Player-Review. Und am Donnerstag kommt dann vielleicht noch ein Livestream, je nachdem, wie ich das mit der Arbeit noch verbinde. Lasst gerne eine Bewertung da, lasst gerne, wie gesagt, einen Kommentar da, eine Frage. Und dann werde ich mich freuen, bei 20 Fragen dann, wie gesagt, ein schönes Video da zu machen. Auch darin, bis bald und ciao.